So, Alla und greetings an alle Männer und Frauen. Ich habe jetzt offscreen ein bisschen da reingeschnuppert in die Hermes-Festung und habe dort einen Fuzzi gekehlt. Der war ein wenig schwerer. Der hat mir einen Schlüssel getroppt. Den da. Und dann habe ich das Sandrall da bewegt. Dann ist das Tor aufgegangen. Mehr habe ich nicht da. Und ich glaube, es ist da gestanden bei Zwinge Urk. Ich weiß aber nicht, wer das ist und wie der ist. Ich weiß, was ich nicht in der Zeit ist. Ich weiß nicht, wer ich im Körper ist. Ich weiß nicht, wer ich nicht im Körper ist. Das ist doch egal, dass ich es aus dem Gerät. Und ich habe festgestellt, ich habe aber ziemliche Audioprobleme mit meiner Aufzeichnerei, aber ich bin halt leider kein Profi und ich habe echt schon diverse Headsets durchprobiert. Heute kommt wieder ein neues Logitech. Hä, da war ich auch schon, das ist ja der Anfang. Es ist schon wieder so laut, ja bei dem Spiel das Problem ist, manche Effekte sind so laut und die anderen wieder so leise. Äh, das ist der Anfang. Was? Ja doch, Epps. Was? 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Geh weiter, hey! Das war's. 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 Schwarzer Pfeffer, ich glaube das ist nicht schlecht. Ich glaube das ist nicht schlecht. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bullshit, wollte ich schon sagen. Nein, das Spiel ist schaugeil. Schöne ist das, kostet das Geld und alles, wenn das übersetzt werden muss. Aber das ist nicht mein Problem. Ja, dann wird noch nichts teurer. Fünf Prozent, ja, dann mal deine halt. Was tut denn eigentlich der... Nein! Was habe ich denn jetzt da? Was habe ich denn da? Was habe ich denn da bekommen? Ich wollte aber da... Ich kann mich nicht mehr aus, wo ich keine sagen. Energie, Seichigkeit, Stärke. Ja, das mag ich. Ich möchte ja nicht mehr aus. Ach so. Vielen Dank. Vielen Dank. Alle. Mann, hey. So soll ich meine Ober-Lavendel? Was schaue ich hin? Knoblauch. Knoblauch. Vier. Jetzt mache ich nicht mehr. Du bist doch nicht fertig, oder? Ja. So, da unten. Da ist die Sackgasse. Ich habe 7000. Die Hand nicht fuhrt, die Energie Splitter oder meine Seelen, sage ich jetzt mal da um, aber ich muss mir das halt, weil ich jetzt mal, wenn ich Postkampf einreihe, muss ich mir das holen. Und das werde ich nicht da. So, das sind 200. 200 und 3000, das sind 3,5. Und wie viel brauche ich? Das kann gelangen. 2. 2. 2. 2. 2. 3. krieg ich krieg keine punkte nimmer talent punkte was er muss dass das liegt muss immer die formen da steht ich bezwinge urd also urdi urdi gehe her da oh oh Oh, oh weh Oh, lebt mir am Walsh Oh, lebt mir am Walsh Oh, lebt mir am Walsh Sechst du das, wie der zuhaut? Untertitelung. BR 2018 Oje meine, naja der wird schon, aber es dauert halt wieder ewig bei mir. Ich werde aber jetzt trotzdem einen Cut machen. Ja, es hilft nicht, jetzt ist mir auch noch das Hetze gekommen, das werde ich jetzt gleich mit überschließen und irgendwie halt sowieso keine Lust auf den Boss, also tschau's, Männer.